Deshalb lassen wir uns von dem, was uns so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wow, es ist schon Februar. Einen Monat haben wir jetzt schon zusammen mit Kiki, Timo, Leonie und Maiki verbracht. Und eins verspreche ich euch, wir haben noch ganz viele tolle Geschichten für euch im Gepäck. Nicht wahr, Mr. Panda? Gut. Und los geht's mit der ersten Geschichte im Februar. Was ist wichtig? Leonie steht ganz schön unter Druck. In den nächsten beiden Wochen schreibt sie vier Arbeiten. Deutsch, Englisch, Biologie und Mathe. Sie kommt gut zurecht in der Schule. Aber im Gegensatz zu Kiki, die bis auf Mathe alles mit recht wenig Aufwand erledigt, muss sie regelmäßig lernen, sonst schafft sie's nicht. Zum Glück helfen Mama und Papa ihr dabei. Kiki fragt Leonie die Englisch-Vokabeln ab. Das macht ihr sogar Spaß. Mama ist froh, dass Leonie von sich aus so fleißig ist. Die Arbeiten laufen dann auch ganz gut. Nur in Mathe hat Leonie eine Aufgabe nicht verstanden. Als letztes ist Biologie dran. Zum Glück erst am Dienstag. Am liebsten büffelt Leonie mit Lena, die in Biologie richtig gut ist. Leonie schreibt alles auf, was sie noch nicht so gut kann. Das wollen sie nochmal zusammen durchgehen. Wollen wir uns morgen treffen, fragt Lena. Ich komme um zehn zu dir, passt das? Das passt Leonie allerdings nicht so gut. Am Vormittag habe ich keine Zeit, da bin ich im Gottesdienst, erklärt sie. Aber denk an die schwierigen Fragen über Zellteilung. Die kapiert man nicht in einer halben Stunde. Du kannst doch nächste Woche wieder hingehen, meint Lena. Nein, das ist mir wichtig, erklärt Leonie, verlegen. Glaubst du, der Pfarrer merkt, wenn du fehlst? Fragt Lena stirnrunzelnd. Ich gehe nicht, um den Pastor zu treffen, sondern... Oh Gott! Leonie fällt es schwer, das auszusprechen, weil sie fürchtet, dass Lena sich lustig macht. Aber die ist irgendwie beeindruckt. Verstehe, sagt sie leise. Morgen Nachmittag haben wir ein Picknick oben bei der Burg geplant. Ein wunderschöner Platz. Uns bleibt sicher noch genug Zeit zum Lernen, erklärt Leonie. Lena ist davon zwar nicht überzeugt, aber Leonie möchte auch etwas anderes im Kopf haben als Biologie. Man muss eben Prioritäten setzen, findet sie. Gott möchte, dass unser Leben richtig gut gelingt. Und er weiß auch, dass es noch andere wichtige Dinge gibt neben dem Lernen. Und wenn wir nämlich den Kopf zu voll haben, wisst ihr, dann fühlt man sich schnell so erschöpft und dann kriegt man irgendwie gar nichts mehr so richtig auf die Reihe. Und das finde ich auch so toll an Leonie. Die hat das nämlich kapiert. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann kommen wir auf gute Gedanken. Und dann ist unser Kopf schnell wieder frei. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.